Boah, da hinten sieht es aber echt grau aus. Willst du was sagen? Nein, nein. Keine Grüße? Nein. Was soll ich für Grüße sagen? Irgendwas. Ich weiß nicht, heute bin ich auch noch grüßlich. Jo. Warte mal, ich muss mir gucken, kriege ich das so hin, dass ich auch im Bild bin? Bin ich drin? Ja. Jo, hallo an alle, die es über Facebook sehen. Viele Grüße aus Lörrach. Ciao und bye-bye, euer Thomas. So. Hast du sonst noch jemanden? Ja, Julia, ich grüße dich auch aus Lörrach und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Und ja, bis dann mal, gell? Kannst du dich ja mal bei mir melden. Danke, ciao. Jo, auch noch mal an dich, auch an Julia. Viele Grüße von mir und an alle anderen, die mich sonst noch kennen. Ciao, bye-bye. So. Oh man, liegt da Dreck um. Wink mal noch schnell. Also, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.